In meinem Kopf wollte Maggie auf Terste schießen als Sheriff, hat dann nicht geklappt, weil Terste ein Schild hatte, es wurde umgeschwenkt auf Katze und deswegen dachte Katze und deswegen war ich so, ich gebe euch allen einen Tipp mit. Ach so, der Typ dachte ich ja, Terste muss Bomber sein. Diana, ich gebe euch mal wirklich allen einen Tipp mit, vergesst das, was Katze über mich verbreitet. Hört auf eure Sasses mit dem Satz so anzufangen, dass immer mein Name drinnen vorkommen muss. Glaubt mir, ihr werdet zu besseren Schlüssen kommen. Sorry, ich komme nicht davon, der Gelb ist einfach drinnen. Die Sasses. Ja? Oder selbst ich denke, ich bin Sass, wenn ich kein Boot habe. Viel Spaß. Die Sasses. Hey, Gia Pains. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke nochmal für den Support. Du bist eine absolute Legende. Vielen, vielen Dank. Ich war im Grund Sass, Jensa. Der Grund Sass. Was? Ja, interessant. Was? 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 Okay, dann entleiten us, please. Okay. Ich erkläre euch. Also Stuggi hat sich auf den Wend gestellt, ist unsichtbar geworden, Katze hat ihn erschossen. Daraufhin hat Smaggy Katze erschossen und dann habe ich Smaggy noch mitgenommen. Alter. Und dann habe ich den Button für den Wend nicht gefunden, weil ich einfach so lachen musste und ja, wollen wir die Runde Neustart? Kannst du gerne ein bisschen schnitteln? Was bist du denn, Knecht? Oh ja, das war ja sogar richtig. Bist du ein Jackal oder Impostor? Oh, warte mal. Und was hat Flesken mit der Sache zu tun? Na, ich habe reportet. Oha! Entspricht das auch deiner Story? Zayana und ich sind zusammen reingelaufen und ich würde das unterstützen, weil ich habe Stuggi gar nicht gesehen, fairerweise. Ich habe Smaggy reportet, Items lag daneben und Knechtig stand obendrauf. Hast du die Leiche von Stuggi gesehen, Zayana? Nö, ich habe zwei Leichen. Ja, ich habe auch nur zwei gesehen. Also mein Adrenalin kickte rein, dass ich da so viele Leichen mit habe. Ja. Ich konnte nämlich das merken. Ja. Will der alleinige Killer das dann jetzt alleine noch weiterspielen oder? Wahrscheinlich, oder? Ja, anscheinend. Gut, ja, dann. Dann haben wir ja noch einen Killer, oder? Ja, muss. Sonst ist es ja eine Vollwahl. Ja. Nee, aber ich meine, wir können nicht noch zwei haben. Ach so, ich habe keine Ahnung. Oder wenn der Thief war mit im Spiel. Aber selbst dann können wir ja... Wo ist Faro eigentlich hin? Thief! Nee, selbst wenn, dann wäre ja Knechtig draußen. Wo ist ein Faro eigentlich? Ja, darf nicht mit Spielen. Ja, nee, aber dann wäre... Ich habe nur Knechtig da gesehen. Stimmt, warum ist Faro nicht dabei? Wo ist Faro? Hä? Was ist? Hä, wo ist Faro? Okay, ich war... Der hat erste weggekommen. Äh, dann wurde ich Dasher. Hä, aber wir haben doch eine lange Pause nach der Runde gemacht. So, ich kippe! Jemand holet mich. Ja, warum war schon Mute? Hat er schon geskippt gehabt, das... Alter, jetzt bin ich böse, weil ich sage, ich wurde Dasher. Cool. Ja, aus welchem Grund? Einfach so. Ah. Raus, afk. Okay. Stehe. Er ist bestimmt eine Raus. Untertitelung. Telefonklingel Oh nein, jetzt habe ich es nicht gesehen, Junge Was hast du denn nicht gesehen? Warst du derjenige an Camps? Ja, ne? Ja Du hast gesehen, wie wir da beide drin standen, ne? Ja, in der Trap Hast du den Kill gesehen auf Camps? Nö, ich habe nur gesehen, dass da eine Leiche ist und mehr nicht Oh, ne Wo liegt die Leiche? For Electrical Und ich stand in der Trap mit dem Killer Aber der Killer war schon gemorpht als ich Und dann wollte der Killer mich abstechen Dann stand aber Vivi irgendwie als Chameleon auch noch in der Trap oder so Und dann hat der Killer Vivi gekillt und mich dann nicht Das hört sich an wie eine echte Story Wie etwas, was man glauben kann Und die Camps haben geleuchtet Deshalb weiß ich direkt, dass Flash auf Camps war Warum? Weil ich kein Killer Weil du bist doch in die obere Dekon rein und danach kam der Flash Das stimmt, aber ich habe dich nicht gesehen Oh, aber Julie war bei mir, sprich, da muss es Claire sein Also ich bin auf jeden Fall Also ich bin ein Easy Man Dasher macht sich gerade hier sehr sass, red mal ruhig weiter, Dasher Hä? Ich habe gesagt, ich bin in die obere Dasher redet Ja, weil nämlich der Killer in Richtung Überstorage nach rechts gelaufen ist Entweder in den Lab rein oder Richtung Office Und Ben, vom Timing könnte es passen, dass du jetzt in die Dekon gelaufen bist Ich bin zum Mad Base Gang gegangen, da ist Sayana in die obere Dekon rein Und dann kam der VIP Flash Ja, ey Terz, es tut mir echt leid, dass ich dich ein bisschen verarscht habe Aber ich habe gesehen, dass du auch ein Camp gekillt hast Der erste Mensch Der erste Sollwort Camp Geil Oh, Junge, dann hat er safe den Bildern Wer war auf Camps von euch? Ich wollte nur seine Reaktion erinnern, ich habe nichts gesehen Ich skippe Ich kann nicht beschreiben, wie viel gerade in mir stirbt Es ist geisteskrank, was hier passiert Das ist wirklich geisteskrank, was hier passiert Einer von uns Einer von uns Einer von uns Ey, wer hat da gekillt? Was macht denn Vlesk? Er hat dich nicht gevotet Er hat geskippt Ja, und ist doch scheißegal, wegen ihm bin ich geflogen Aber genau das Ganze, wir haben die Ohren hauen Habt ihr den Back? Hast du ja ohne mich gestartet, deswegen warst du zu Recht Hä, Terz, es tut mir voll leid, aber das klang einfach Das klang ja so gelogen, was du gesagt hast Ah ja, ich war in der Trap Und das Problem ist, ich bin in den Elektrikel reingelaufen Und da war keine Trap Sprich, das Terz, die Wahrheit gesagt hat War für mich absolut absurd Und deswegen wollte ich gucken, wie er reagiert Ich hätte nicht mehr gerechnet Ich hab doch gesagt, da waren drei in der Trap Naja, das Problem ist Also Julie, ich hab dich in der Cam halt in O2 gesehen Ich weiß, dass du in O2 warst Sprich, du bist für mich raus Und Dash und Zayana können sich gegenseitig rausnehmen Wir wissen auch, dass zwei Killer raus sind, wegen der Geschichte am Anfang mit Items, Maggie und Stugi Der einzige, der für mich überbleibt, ist Clur Und wenn niemand sagen kann, dass Clur wirklich ein Spaceman war Dann ist für mich Clur der Killer Ich bin sogar jetzt wieder ein Spaceman, weil ich noch nicht fertig wurde Was mit killen? Clur war doch nicht ein Spaceman, oder Zayana? Doch, ich bin jetzt sogar noch mal ein Spaceman Ich bin erst gerade reingelaufen Weil ich ausgetrötet wurde Deshalb, du hast 100 pro Zayana waren Apple Deacon, als der Flash kam Ja Wenn Terz's Geschichte mit dem Morphling stimmt Ja Hat er dann wirklich Zayana gesehen? Denkst du, Morphling läuft? Nee, der Terz hat er gesehen Er hat sich selber gesehen Der Terz hat gesagt, dass Morphling ist Also es kann ja nicht sein, dass du am Anfang Also, wobei, es kann Also, der Morphling kann ja noch gessen Würde ich ihm jetzt mal sagen, oder? Gess doch mal ein bisschen, Morphling Ja, gess doch mal Gess, weiß meine Rolle Aber sind wir uns 100% sicher, dass es ein Morphling war? Ja, es gibt Morphling, das Gesser Ich mach klar einfach mal auf Morphling Okay Es hat gesteppt Also, ich bin fassungslos Terz, ich war Detective Ich guck auf die Cam Ich seh Vivis Körper Ich seh deine rote Spur davon weggehen Und das Problem ist, ich bin davor in Elektrical reingelaufen Und ich war ja nicht in der Trap Ja, ich hab doch gesagt, waren drei in der Trap Ich, der Killer Und Vivi in Camouflage Vivi war gar nicht der Trapper? Alter, Vivi, was stehst du da im Karo drauf? Aber das war ja, das war für mich teilweise so krass, dass ich nicht in der Trap war, aus irgendeinem Grund Ich dachte, du hast einfach den größten Bullshit erzählt, Terz Hey, du saßt 20 Sekunden vorher Du hast mich killen gesehen Und ich denk, du warst in der Cam und hast es gesehen Und ich lauf dem Trap, äh, dem Killer hinterher Terzte in die Falle Und dann kommt Terzte zu der Falle, wo ich grad drinsteck Dann will ich Terzte abstechen, damit er sich callen kann Und dann ist der Vivi und sich bat drauf Einfach so, ich denk mir, ja gut, dann hab ich ja immerhin den Trapper raus Nö, war saunig Statt einfach so ein bisschen als Mäher, als Chamäleon auf der Falle Hat das gekracht Das war ein wichtiger Bug, nach dem Meeting war immer noch Terzte bei mir Also ihr habt Terzte rausgewordet und Claire ist als Terzte bei mir rumgelaufen nach dem Meeting Ja, also, okay, Terzte, das tut mir leid, aber das klang auch einfach Also hat irgendwer Terzte geglaubt mit dieser Trap? Ja, ich war halt Trapper und ich hab deshalb auch Terzte geglaubt Deshalb Terzte hat auch nicht gevotet, ne? Aber warum bin ich da an der Trap vorbeigelaufen? Warum hat die bei mir nicht gefeiert? Ja, es ist recht, ich stell dir immer so ein bisschen scheiße Du bist drunter vorbeigelaufen wahrscheinlich Genau, ich hab sie immer mitgebracht Und deswegen dachte ich mir, ey, warte, da lag doch gar keine Trap Das musste voll der Bullshit sein Und ich hab halt, ich dachte, Terzte wusste, dass ich ihn gesehen habe on Cam Weil die Cam angegangen ist Ich hab ihn ja nicht gesehen, aber ich hab seine Spur halt noch weglaufen sehen Ich war ja Detective Und dann dachte ich halt einfach angefangen zu lügen, so In der Runde hat sie einen Teil von mir verabschiedet, das war geistert Okay, komm, wir machen eine schnelle Runde noch Holy shit Und das Schlimmste ist, ich hab reportet, da steht Leiter Color Und du warst halt auch Leiter Color Und dann war ich so, ah Mann Ah, Junge Also, Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll Lasst ihr einen kostenlosen Abo da und checkt den Terzo-Channel aus Es kracht Just Just Vielen Dank.